Willkommen zu einem neuen legendären Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die Story von Red Dead Redemption. Ein Spiel, das einfach nur eine Legende ist. Wunderschön, atemberaubend, emotional. Eines der wenigen Spiele, die mich wirklich emotional gepackt haben, wo ich den Tränen nahe war. Und ich bin echt kein Mensch, der nah am Wasser gebaut ist. Also ich weine wahrscheinlich alle 200 Jahre mal. Aber dieses Spiel hatte so einen Moment, wo ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, diese Offenbarung, diese Offenbarung, dieser Bruch vom Wilden Westen in die Zivilisation, dieser Moment ist immer noch in meinem Gedächtnis. Das ist mir so nah gegangen, das hat sich wirklich in mein Gehirn eingebrannt. Und natürlich bin ich extrem gespannt auf den zweiten Teil, der kommt ja im Oktober und den werde ich hart spielen. Den werde ich richtig, richtig hart spielen. Ich habe meine Cowboy-Stiefel, ich habe meinen Cowboy-Hut, ich werde mich nicht mehr rasieren und dann werde ich in den Wilden Westen ziehen und verdammt geile Abenteuer erleben. Aber davor werden wir jetzt erstmal diesen Teil hier spielen. Wir spielen auf der Xbox One X. Auf dieser Konsole gibt es die schönste Version, denn es gab ein Update, ein 4K-Update. Dadurch wurde die Grafik nochmal ein bisschen aufgehübscht. Man sieht es wahrscheinlich auf YouTube nicht ganz so deutlich, aber ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Es ist doch nochmal ein großer Unterschied zwischen alten Aufnahmen auf der Xbox 360 und jetzt hier eben die neuen 4K-Aufnahmen. Ihr dürft also gespannt sein. Das Spiel sieht immer noch schön aus. Unterstützt es mit einer Bewertung, denn eine Bewertung wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Okay, dann legen wir los. Es kommt ein langes Intro. Seid gespannt. Das Spiel ist ja, sehr wichtig. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Not only do people now have motorcars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. Nein, nur Engels können fly, Jenny. Nein, nein, wahrscheinlich Menschen können fly. Nichts, du hörst? In Kansas, ein Mann hat sogar ein Auto flyt. Ich glaube, das so, Jenny. Apparently, Mr. Johns will für den Gouverneur gehen, das ist warum er so beschäftigt mit dem Staat zu cleanen. Nate, Johns. Yes, his family is nothing but a hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. Oh, it's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ah, der wilde Westen. Es geht los. Armadillo Station. Und ja, das Spiel ist aus dem Jahre 2010, sieht aber immer noch gut aus. Also, ich persönlich finde, das ist ein zeitloser Klassiker, den jeder eigentlich mal gespielt haben sollte. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre. Damals, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, ich wurde so in diese Welt hineingesogen. Ich war gefangen. Ich habe mich wirklich wie ein Cowboy gefühlt. Stellenweise habe ich nur noch so Cowboy-Jargon gesprochen. Nicht wahr, Trunkenbold? Der alte Jimmy. Na, Jimmy? Zu viel gesoffen? Hey, easy, Partner, ja? Ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Mr. Marston! Mr. Marston, over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Oh la la, ladies. Okay, Jake, mein neuer Freund. Sieht aus wie ein Landstreicher, aber ist ein guter Mann. Ja, natürlich, das Ganze nur im Englischen. Wir spielen hier ein Rockstar-Game. Es gab noch kein Rockstar-Game, das synchronisiert wurde. Ich kann es verstehen. Denn die Atmosphäre kommt nur rüber, wenn man die ganzen Dialekte, Akzente und sprachlichen Unterschiede hat. Wow! Ruhig, Bronco. Ganz ruhig. Alles klar, Jake. Ich bin direkt hinter dir. So, wir können Gas geben. Kommst du mit? Wow! Wow! Mann, das sieht schon alles sehr, sehr geil aus. Jake, wo geht's hin? Wo geht's hin? Das ist richtig. Ich habe niemanden nach dem Ort in einem langen Zeitpunkt genommen. Es ist ein schönes Ort für ein guter Mann, wenn man sich nicht interessiert, wenn man mich nicht interessiert. Wer sagt, ich war ein guter Mann? Es hat seit Jahren geplantiert. Die Leute sagen, es wurde gegründet während der Mexikanischen Krieg. Was für die Soldaten da waren, dann? Warum haben sie weggekommen? Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe gehört, dass sie nach Norden gehen, um die Indien zu kämpfen. Also ja, es gibt wieder ganz viele Dialoge, um die Story ganz kurz zusammenzufassen. Wir waren ein Krimineller, jetzt sind wir... Naja, verheiratet sein ist ja kein Grund. Okay, darf ich reden? Ich glaube schon. Ja, also, wir waren ein Krimineller, sind jetzt geläutert, mehr oder weniger, und jagen unsere alte Bande. Also im Kern ist die Geschichte schon mal sehr, sehr simpel, wird natürlich dann komplex, je weiter man voranschreitet, aber so die Rahmenhandlung... Krimineller jagt seine Bande. Ganz schön neugierig, der alte zahnlose Jake. War das nicht das Spiel, wo man die Tiere komplett gehäutet hat? Man kann auch in dem Spiel hier jagen gehen, und ich glaube schon, oder? Das sah immer so bizarr ekelhaft aus, wenn dann die ganze Haut weg war. Okay, das ist vor. Wir gehen langsam ran. Der Himmel, oder? Wie der Himmel aussieht, die Atmosphäre. Leider kann ich die Stimmen nicht lauter machen. Es gibt keinen Regler dafür. Ja, das ist halt immer so. Es gibt Soundeffekte und Musik. Wenn ich die Soundeffekte hochdrehe, hören wir nur noch die Pferde. Jetzt habe ich, glaube ich, die beste Einstellung. Und so wirklich viel kann ich daran nicht machen. Aber wir reiten jetzt mal aufs Tor zu und schauen mal, was uns dahinter erwartet. Ganz easy, Partner. Ganz easy. Ich such keinen Ärger. Naja, eigentlich schon. Eigentlich suche ich Ärger. Bill! Bill, ich bin für dich! Bill Williamson! Komm aus hier, jetzt! Geh jetzt, John! Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill! You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh, ho, ho. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. Bill, you implore me? I mean, you implore me. You always were one for fancy words. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. I implore you. I implore you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Poor John. Well, if not, you can't tell them. I want to tell them to tell them to be back and tell them to be back and tell them to be back. Well, if not, I'll bring you back and tell them to the rest of the day. That's just a little bit. But, I'll give you back. Das war's. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was... Oh! I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. You should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr... Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? I knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. You seen my hat? I have. And, uh, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic. Just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctors' bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Oh, Bonnie. Eine starke Frau. Eine starke Traumfrau, oder? Wunderschön, wild, aber doch irgendwie verantwortungsbewusst. Ja, solche Frauen braucht der wilde Westen. Tja, das lief wohl nicht mit unserem guten alten Freund Bill. Ich hab direkt ne Kugel kassiert und, man sieht es hier, goldene Revolver. Der Mann hat Stil. Der Mann hat wirklich Stil. Aber obwohl ich angeschossen wurde und wahrscheinlich ein paar Tage im Koma lag, geht's mir doch so gut, dass wir rennen können. Okay, gehen wir mal rüber zu Bonnie und schauen mal, was sie für uns hat. Miss Bonnie. Mehr oder weniger. Ah, der wilde Westen, oder? Tolle Zeit. Wahrscheinlich war es nicht so toll wie in den Filmen. Ich mein, der wilde Westen wird immer sehr stark romantisiert, aber... Die Träume davon sind schön. Männer waren noch Männer. Pferde noch Pferde und Frauen noch Frauen. Und Hühner, Mann. Hühner waren noch Hühner. Die Welt war rau und... und frei. Ich mein, der Anfang von Amerika war auch wirklich sehr interessant. Ein Land, das wirklich rau und frei war. Jeder hatte die Möglichkeit neu anzufangen. Leute, die in England kriminell waren, konnten nach Amerika und komplett neue Menschen sein. Man konnte Land erwerben, was aufbauen. Der Anfang von Amerika war schon wirklich sehr, sehr faszinierend. Der Anfang von der Generalstelle ist der Generalstelle. Du findest nicht Parisian High Fashion, aber es ist gut für die Essenthalte. Sehr kommentierend. Ich glaube, ich habe nie einen Land mit seinen eigenen Stelle gesehen. Okay, hier drüben gibt es einen Laden. All you can eat. Ja, ich war ein schlimmer Finger. Aber jetzt bin ich einer von den Guten. So sieht's aus. Also ich will eigentlich nicht im Wilden Westen leben. Ja, ja, ja. Weil da hätte dich jede Verletzung killen können. Eine Grippe. Tod. Ein Zahn. Schlaganfall. Blutgerinze. Da war alles möglich. Da kann jede Kugel deine letzte sein. Ja, ich... Ich versuche auch... Ich... Let's playe. Bonnie. Okay. Und ich bin angeschossen worden. Mal ein bisschen Mitleid. Oh, die Vertonung ist so gut. Vertonung ist so, so gut. Oh, ich kann es anbinden. Wups. Ja, ich muss das sichern, sonst wird das gestohlen, Miss Bonnie. Das wollen wir doch nicht, oder? Ich wiederhole, ich bin angeschossen worden. Entschuldigung, Ma'am. Bei meiner Südstaaten-Ehre. Wie geht es ein Kugel, Mr. Marston? Danke, Ma'am. Getting shot, dann riding a horse seems to take it out of you. Ich kann es ein Rast. Sure. Komm schon in. Ich zeige dir die Haus, und dann kannst du dich für einen Moment. Danke. Mr. Marston. Miss McFarlane. Erinnerst du dich über die Probleme, die wir haben mit Russlern und anderen Unbeschuldigen? Ich zeige dir. Willst du mir helfen, mich auf der Proberungslinie dieses Abend zu halten? Sure. Ich will sehen, wer auf unserer Lande verletzt hat. Das ist eine gute Wehung. Komm, wir gehen raus. Das Land ist wirklich schön, während dieser Zeit. Komm schon, dann. Wir holen uns auf und schauen uns. Karabiner. Und ich bin endlich wieder hier in voller Montur. Nur, viele wissen ja gar nicht, Red Dead Redemption ist eigentlich, streng genommen, gar nicht der erste Teil der Serie. Es gab ja noch Red Dead Revolver. Nur, keine Sau kennt dieses Spiel. War aber ein hervorragendes Spiel. Ich würde sogar, let's playen, aber es ist schwierig, zum Laufen zu kriegen. Sagen wir es mal so. Auch golden, Lady. Auch golden, mein Karabiner. Können wir ein bisschen schneller, oder? Miss Bonnie? Nein? Gut. Was? Kaninchen! Okay, mal sehen, ob ich noch schießen kann. Long time ago. Miss Bonnie macht den ersten Schuss. So. Bams. Weggeholt. Ich kann nur Hasen töten. Das ist alles, was ich kann. Ja, aber es ist doch ein tolles Abendessen, oder? Kaninchen. Ich wäre froh. Scheiß doch auf die Karotten. Du hast da locker zwölf Kaninchen rumliegen. Ist doch viel, viel besser, oder nicht? Ho, ho, ho. Bronco, ho. Ganz locker, Kumpel. Ganz locker. Oh, oh, oh. Koyoten. Koyote. Komm schon. Hab ihn. Noch mehr von denen? Oh, die wollen die Hühner. Ah, damals im Wilden Westen, da waren Koyoten, noch Koyoten. Bamsen. Ah, der ist schnell, der eine hier. Ey, er hat einen Huhn. Was für ein Frechdachs. Der hat auch eins. Hab ihn. Bonnie, wie sieht's aus? Einer fehlt noch. Komm schon. So. Wow. Okay, das war eine nette kleine Schießerei mit Tieren. Weihnacht. Ich sag ja, eine tolle Frau. So, hier müssen wir den Gaul anbinden. Okay, wir können uns schlafen legen, um das Spiel zu speichern. sechs Stunden später. Ja, damals, da waren die Nächte kurz. Ihr wisst ja, wie es damals war. Da musste man, da musste man früh, sehr, sehr früh aufstehen. So, wir gehen mal zu Outfits. Vielleicht hab ich irgendwas. Ähm, nee. Damals hab ich alles freigespielt. Einfach alles. Alles, was man haben konnte. Jetzt haben wir nichts. Wir bekommen ein wenig Ehre und Ruhm und hauen uns hier mal auf die Mütze. Äh, ja. Wir speichern. Ja. Gut. Und dann war's das mit der Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Unterstützt dieses hervorragende Spiel. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.